Wir spielen Resident Evil 4, meine Lieben. Weiter geht's. Und leider, meine Lieben, wir wissen... Ey, ich steh. Bitte. Von wo kommst du denn jetzt? Gut, wir wissen leider, wie es weitergeht. Es wird Katastrophe. Wir müssen erstmal hier und diesmal ohne Munition zu verschwenden. Also, da ist was ganz Schreckliches letzte Folge passiert. Und zwar sind auf einmal alle auf uns losgerannt. Und ich hatte gar keine Chance. Weshalb wir da hinten zur Ecke niemals mehr gehen werden. Niemals. Okay, wir müssen... Ich muss nochmal kurz mich... Sammeln. Da will ich echt nicht hin in die Ecke. Weshalb wir jetzt erstmal hier wieder rausgehen? Aha, kommt man gar nicht? Achso. Leon, Mensch. Hast du das nicht mitbekommen, oder was das verschlossen ist? Das müssen wir da auch erstmal aufmachen. Ah, okay. Ich verstehe. So, ähm, Ashley, kannst du mal hier nicht irgendwie Sachen ohne in der Schießen, bitte? Danke. Die Frage ist, hat er das abgespeichert, dass wir das da oben geholt haben? Wahrscheinlich nicht. Okay. Äh, nochmal von vorne. Alles einsammeln. Was nicht so schlimm ist, weil war eh nicht viel, glaube ich. Oh mein Gott, das ging auf einmal so ab, dass ich mich jetzt erstmal sammeln muss, damit ich, ähm, insgeheim in meinem Kopf einen Plan habe, der eh gar nicht so eintritt, wie ich es haben will. Boah, ich habe echt Angst, egal was ich jetzt tue, dass es gleich hier losgeht, weshalb ich wirklich Beobacht gebe. Lad mal nach. Und bitte störe nicht so laut in mein Ohr, danke. Nachladen. Ist nachgeladen. Also, das Ding ist, diese zwei Frauen mit Kettensäge da, letzte Folge, die haben viele Schüsse ausgehalten mit der Schrot und die haben sogar viele Schüsse, ah ne, die haben sogar eine Granate ausgehalten. Oh, Alter, was sind das? Panzerfrauen? Oh, langsam, langsam. Ich habe wirklich, ähm, Bedenken. Boah, müssen wir das jetzt hier auch nochmal neu machen? Oh Gott, das ist anstrengend. Nimm das mal mit und das machen wir dann auch gleich wunderschön hier gleich. Wunderschön. Achso, doch, hat er. Okay. So, haben wir. Rohstoffe, L, was ist das? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall sollten wir mal gucken, ob wir jetzt schon Munition irgendwie machen können und nicht immer erst später. Ach, ist das ärgerlich. Wir brauchen, glaube ich, jetzt doch die MP, weil wir können jedes Mal MP-Munition machen, aber... Steigert die maximale Gesundheit, das brauchen wir. Okay, meine Lieben. Oh Gott, ich glaube, es geht los. Haben wir jetzt noch irgendwo was? Ja, hier drin ist noch Munition und irgendwas anderes noch. Da sollten wir nochmal genauer hingucken. Wie war das hier oben? Rechts von uns. Ah, auf dem Fensterbrett. Gut positioniert, dass man übersehen kann. Oh mein Gott, ich glaube, das... Ich habe Angst. Ich habe wirklich Angst. Kommen wir hier irgendwie anders lang? Kommen wir hier irgendwie hin? Nee, ne? Oh Mann. Das Ding ist, ich werde sie sich nicht verstecken lassen, habe ich mir überlegt. Ashley, ich erzähle dir jetzt den Plan. Ich laufe jetzt da hinten in die Ecke hin, während wir dann beide ganz schnell hier rausrennen und unsere gute Position zum Kämpfen suchen. Okay, Ashley? Komm. Okay. Okay, Ashley, ähm... Ich will auch nicht, aber ich kann es mir auch nicht aussuchen. Oh mein Gott, wir laufen jetzt hier tatsächlich hin. Okay, seid ihr bereit? Woohoo! Action! Okay, und renn einfach. Renn, 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 renn. Ich fühle mich geschmeichelt, aber für zwei bin ich echt nicht in Stimmung. Ich bin gar kein in Stimmung. Okay, okay, okay. Renn einfach. Erstmal weiter rennen. Renn, 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 renn. Wow, ist eigentlich schnell. Alter, seid ihr schnell. Wow, seid ihr schnell. Da eine Änderung. Das war ein ganz schlechter Plan. Das war ein ganz schlechter Plan von euch, Leute. Oh mein Gott, die Kettensägen sind schon hinter uns. Die Kettensägen sind hinter uns. Ashley, renn! Renn doch, Ashley! Oh mein Gott, das ist zu viel. Das ist so viel zu viel. Ashley! Komm schon, ein Schuss noch, ein Schuss noch. Erledigen Sie damit. Keine Chance. Sie haben gar nichts mehr. Ashley, hältst du durch? Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Ashley! Alter, da war gar nichts bei Ashley. Da war gar nichts. Die hat ganz entspannt gelegen da hinten im Hintergrund. Guck mal, sieht sie doch sogar noch liegen. Die hat sich da voll ausgeruht, Alter. Und jetzt dürfen wir hier neu machen. Okay. Pläne sind da, um sie zu ändern. Oh, Ashley, wie kriegen wir das denn hin? Das ist ja voll übel mit dir im Schlepp. Wow. Ey, das kriegen wir wegen Ashley nicht hin. Okay, warte mal, wir machen mal jetzt anders. Ich hole mal jetzt erstmal die Schätze, Speicher ab. Und dann versuchen wir nochmal. Weil mir geht es tierisch auf die Nerven, dass ich jetzt hier nochmal die Schätze holen muss. Boah, ist das eine Action. Wie soll ich das schaffen? Wir brauchen mehr Granaten. Wir brauchen Granaten. Wir müssen zum Händler. Vielleicht kann man Granaten kaufen. Der Jute verkauft uns bestimmt ein bisschen was. Boah. Das ist, das ist, das ist. Ich liebe Resident Evil. So, Leon. Mach mal jetzt hier Jaller. Das kennen wir nämlich alle schon. Ach so, kurze Frage. Mission gescheitert. Geht das beim Kapitel Ende? Steht dann da Tode? Sind das Tode oder zählt das nicht als Tode? Versteht ihr, wie ich meine? Ich bin kurz mal ein bisschen ruhiger, damit ich mir einen Plan ausschmieden kann. Aber, ähm, das hilft alles nicht. Wir werden es nicht schaffen. Krass. Wir müssen jetzt so... Oh mein Gott. Bist du da hinten hin zum Händler zurück? Oh mein Gott. Ashley? Ja, geh mal rein da. Ich hab hier nämlich einen anderen Weg vor. Wär super, wenn ich ohne dich wär. Juti, Ashley. Ähm, ich hol dich dann wahrscheinlich so eine Stunde wieder ab, ja? Genieß die Zeit ohne mich. So, wir rennen hier mal einmal ganz schnell zurück, ohne dass wir irgendjemand Nerviges im Anhang haben. Ich tue gerade so, als würde ich richtig rennen, aber wahrscheinlich... Nö, nö. Nö, ich renne nicht richtig. So, kommt man hier wieder zurück, die Frau... Nee, wir müssen irgendwie rechts uns halten. Aha, wir müssen durchs Haus? Nee. Ja, lauf mal hier kurz einfach mal weiter. Ich check grad nicht, wo ich lang muss. Ja, lauf mal einfach weiter. Oha, Leon, du kommst hier gar nicht weiter. Hier sind diese Fackeln, mit denen kann ich nicht arbeiten. Das ist voll schwer. Ich kann ja nicht alle hier erst herlocken. So. Ja, und jetzt links lang. Genau, Leon. Nee, ich will sie nicht rufen. Der geht's gut da hinten. Da bin ich mir ganz sicher. Der geht super. Oh, bitte lass mich da nochmal durchkommen, weil das wäre so fies, so ein Spiel. Das wäre so fies. Ach, Gott sei Dank. Okay, Ashley, äh, ich vermisse dich nicht mal, Ashley. Haha. Guck mal, wie entspannt das einfach ist ohne Ashley. Ich wusste ja gar nicht, dass wir sie loswerden können. Ein Traum. Ein absoluter Traum, meine Lieben. Diese Ruhe. Wir genießen jetzt einfach mal. Kommen wir hier wieder zurück. Bitte, 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 bitte. Bitte. Ja. Okay. Ich muss das tun, Leute. Weil ich habe keine Lust jetzt gleich, wenn wir verlieren, wieder alles einsammeln zu müssen. Ach so, aber wenn wir dann verlieren, dann speichert der hier hinten ab, wa? Mhm. Alles nicht so optimal, würde ich sagen. Okay, wir speichern mal kurz. Einfach ohne Sinn. Versteht ihr? So, wir haben alles eingesammelt. Dann können wir mal kurz... Sehr ruhig. Das lassen wir noch. Verkaufen. Wir haben ein bisschen was zum Verkaufen. Warte mal, ist der... Warte mal, ich muss mal kurz... Wo ist denn der Schlüssel? Oh, der hat beides Haken. Jetzt können wir beides verkaufen. Money, money, money. I love money. Money, money, money. Okay, das können wir verkaufen. Das auch. Oh mein Gott, wie viel hast du für uns? 42.000. Nimm mal. Chihun, wir müssen... Ach. Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Keine Sorge. Deine Kohle... Müssen wir. ...oder dein Leben. Die Entscheidung sollte dir leicht fallen. Sei ruhig, bitte. Das kaufen wir, das kaufen wir auch. Wir müssen eh alles kaufen. Das haben wir jetzt für dich aufgeholt. Kaufen wir uns jetzt die hier keinen Platz? Ja, den Platz könnten wir schaffen. Das wäre nicht das Problem. Oder... Wir müssen die kaufen. Kann ich sonst angemessen. Sonst schaffen wir die Mission jetzt hier nicht. Okay, wir müssen mal erstmal Sachen herstellen, damit wir das dann kaufen können. Herstellen. Ich mag maximale Gesundheit erstmal steigern. Benutzen. Dann stellen wir das hier her. Ja. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir hier sinnvoll Platz kriegen. Ich habe gar keine Ahnung von sinnvoll Platz kriegen. Das ist halt das größte Problem. Boah. Okay, ähm... Nee, warte mal. Geh du da mal hin? Hier hinten hin? Achso, passt gar nicht, weil... Oh Gott, da fängt es schon an. Okay, wir müssen... Wie macht man denn hier am besten mal Platz? Meine Güte, ich bin zu dumm dafür, weißt du? So. Das sind zwei Plätze. Pack die mal hier hin. Pack dich mal da hin. Und wir hoffen, dass gleich die Waffe da reinpasst. Können wir hier irgendwas herstellen? Boah, Blendgranaten. Machen wir jetzt noch nicht. Ey, stackt euch doch. Stackt euch doch. Das ist doch ein Witz von euch, dass ihr euch jetzt hier nicht stackt. Wir müssen kurz einmal alles nachladen. Oh Gott. Können wir nicht nachladen oder was? Ey, ist alles voll oder was? Das ist ja auch selten hier bei uns. Lad nach! Oh Gott, ich kann doch nicht alles dreimal drücken. Okay, haben wir jetzt Platz für die... Willkommen! Na dann, was kann ich für dich tun? Was fehlt denn an Platz? Das bekommst du erst, wenn du Platz dafür hast. Ich hab das schon verstanden mit dem Platz, Jakobel. Die Frage ist, wie viel Platz... Vier! Die braucht die vier! Oh! So viel Platz... Keine Ahnung, wie ich den Platz hier schaffen soll. Irgendjemand von euch hat Tetris in seiner Kindheit gesuchtet bis zum Getno und könnte jetzt hier ganz einfach uns Platz schaffen. Wie viel fehlt denn noch? Nur das... Das schaffen wir doch. Guck mal, warte mal. Hier, pack das mal rein. Und wenn das jetzt hier ist... Nimm das mal. So, das passt doch dann. Oder haben wir es geschafft jetzt mit dem Platz? Oh, hier haben wir. Wow, wow, yo. Wollen wir. Ah, das Ding hat den Namen Wummel doch echt verdient. Keine Ahnung, ich hab damit noch nicht geschossen. Komm, Will, ich würde gerne weiterspielen. Danke. Okay, tunen. Wir brauchen jetzt unsere neue Waffe. Oh! Sind alle zu teuer! Ist nicht so schlimm. Auch ein Messer braucht hin und wieder etwas Pflege. Könnte zwischen Leben und Tod entscheiden. Okay, die ist komplett fertig. Die ist jetzt auch komplett fertig. Bist du beeindruckt? Oh, geil. Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein... Das ist alles jetzt noch zu teuer. Und die ist eh... Ach. Ich hab kaum jederzeit... Oh, warte mal. Müssen wir mal die hier noch ausrüsten? Fällt mir gerade ein. Schnell zugriff. Und zwar, wo kommt die hin? Zu der Schrot, würde ich sagen, oder? Ja. Oh, Leon. Leon, 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 Leon. Du siehst schick damit aus. Oh, jetzt nochmal abspeichern. Nee, ich will nichts von dir. Ich will nochmal abspeichern, damit wir die Waffen jetzt auch gekauft haben. Okay, meine Lieben. Wir müssen es versuchen. Oh. Ging es hier lang? Nee, da lang. Obacht! Konzentration! Oh, das wird eine wunderschöne Waffe. Damit bin ich ganz sicher. Wir müssen... Das ist echt schwer für mich, weil ich nicht weiß, wie wir es hinkriegen. Wir müssen viel mehr mit den... Wir brauchen Blendgranaten. Fällt mir gerade ein. Können wir jetzt natürlich nicht mehr herstellen. Mh... Um die... Ja, egal. Egal, wir schaffen es schon irgendwie. Wir müssen mehr mit denen hier arbeiten. So, wenn ich die Waffe jetzt sind, Blendgran... Okay. Mhm. So, Leon. Okay, jetzt. Jetzt aber. Ein Versuch und wenn wir es schaffen, dann schaffen wir es. Oh, die Tür geht schon voll... Ashley! Ashley! Ich hab gesagt, du sollst dich verstecken, Alter! Die kriecht mir hinterher, die... mag mein Geruch anscheinend, die Gute. Ach, das ist unser Bolzen, der da liegt. Der kann man nicht entkommen, der Ashley... Ach so, falsche Richtung. Oh mein Gott. Ja, der Ashley, der kann man nicht entkommen. Die, äh... Die ist da einfach und die geht auch nicht mehr. Okay, wartet mal. Das Ding ist... Ich kann doch nicht bis hier hinten hinrennen. Weil hier ist eine Lampe. Die wir kaputt machen könnten. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Ich bezweifle stark meine Guten. Hä, wo müssen wir denn... Hä? Wo ist denn der Weg jetzt? Alter! Hier. Okay. Raus, rechts und rechts. Und da ist dann eine Lampe, die wir abschießen können. Schaffen wir es, Alter? Keine Ahnung, wirklich keine Ahnung. Ashley! Ashley! Wo ist die Lampe? Wo ist die Lampe? Hier ist die Lampe. Oh, hat die mich getroffen, hat die mich getroffen. Hat mich getroffen, hat mich getroffen. Warum ist die Gute denn schon wieder handlungsunfähig? Oh, ich bin verletzend, die Ashley. Alter, komm doch hoch. Ah, nee, Leute. Nee, nee, nee. Ja, gar keine Chance hier. Gut, das war eindeutig. Das war eindeutig und ging sehr schnell. Ähm, es lief echt grottenschlecht, meine Lieben. Da brauchen wir erstmal einen anderen Plan, bis wir das hinkriegen. Gut, abspeichern brauche ich nicht. Ihr klickt aufs nächste Video von mir. Vielen Dank dafür. Kanal nicht vergessen zu abonnieren. Äh, wir sehen uns in der nächsten schrecklichen Folge. Bis dahin, auf Wiedersehen. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.